ARD Text im Auftrag des ZDF für funk ARD Text im Auftrag des ZDF für funk ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Oh! 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 Aha! Ich hätte weg! Ich hoffe ich! So! Und jetzt weg von hier! Oh! 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 Du bist ein Genie! Ich lass dich nie wieder aus den Augen, mein Freund! Gubi! Warum passiert das immer mir? Ist es aus? Oh! Warum ist die Tische? Das Rohr ist verstopft! Du musst ein Ventil finden! Oh! Ich hab's meinen Chef! Oh! Ja! Oh! Oh! Oh, 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 oh. Ach, Guppi, ich glaube nicht, dass wir hier jemals rauskommen, mein Freund. Hier ist es noch schmutziger als in deinem Aquarium. Augenblick mal. Haha, komm, Guppi. Das müsste funktionieren. Wow. Wir haben es geschafft. Hey, Pluto, wir sind zu Hause. Pluto? Pluto. Er ist zu jung um zu sterben, nimm mich statt seiner!